So, das ist jetzt ein Versuch mit der Selfie-Einstellung meines Handys. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt ganz bewusst mein Foto vom Wasserfall im Botanischen Garten hinter mir ein bisschen stehen lassen. Vielleicht kriegt man das noch ein bisschen besser hin, aber egal. Ich versuche jetzt nachher mal, mich direkt in den Botanischen Garten zu beamen. Jetzt. Und mal schauen, ob ich denn das Wasser zum Fletzern bringe. Das ist ein großer Spaß, aber es hat was.